Jetzt musst du ja noch was dazu sagen, also du bist jetzt der Tester von dem Fahrzeug, du bist jetzt der Sportredakteur. Wenn ich der Tester bin, darf ich nochmal auf die Autobahn? Ja, wie fährt sich das Fahrzeug? Du musst jetzt erzählen, was erzählen hast du? Ich kann nicht viel erzählen. Was ist das für eine Maschine, wie viel PS hat er denn, welche Farbe hat er, was für eine Aufstattung? Wir fahren hier gerade einen schwarzen Camaro SS, Schaltgetriebe, wir fahren sogar mit Traktionskontrolle, der ist ein anständiger Burger, wir machen keine Burnouts. Das hält in dem Auto noch einen, außer dass das ein so richtig geiles Teil ist. Aber ich sagen muss, ich wäre auch gerne mit den schwarzen Nummer fahren.